Die Ansteckung mit HIV hat vor 25 Jahren noch vielfach als sicheres Todesurteil gegolten und daher hat die Wissenschaft seither ununterbrochen nach Mitteln geforscht, den Ausbruch von Aids zu verzögern, gar zu verhindern und legt jetzt sogar eine Pille vor, die überhaupt gleich vor der Ansteckung mit dem HIV-Virus schützen soll. Klingt gut, wenn man bedenkt, dass sich in Afrika nach wie vor Millionen Menschen mit dem Virus infizieren und auch in Europa die Ansteckungsrate wieder im Steigen begriffen ist. Aber dieses vorbeugende Medikament müsste man mehrmals wöchentlich nehmen, pro Person monatlich 1000 Euro ausgeben und dann befürchten manche noch, dass es sich negativ auf die Praxis geschützten Sexualverkehrs auswirken kann. Es könnte so etwas wie eine kleine medizinische Revolution werden. Seit mehr als 20 Jahren mühen sich die Forscher ab, eine Impfung gegen HIV zu finden. Bisher erfolglos, das Virus ist zu erfinderisch, zu wandlungsfähig und infiziert noch immer jedes Jahr zigtausende Menschen weltweit. Nun sorgt eine neue Studie aus den USA für Aufregung unter Experten. Denn die neue Behandlungsmethode hat fast dieselbe Wirkung wie ein Impfstoff. Wer täglich ein Medikament aus der Aids-Behandlung einnimmt, kann eine Infektion in mehr als 99,9 Prozent der Fälle verhindern. In der Untersuchung infizierte sich von 650 Teilnehmern kein einziger, obwohl viele durchaus riskante Sexualkontakte hatten. Wenn Menschen in Risiko eingehen wollen, dann werden sie das tun. Und da ist es mir lieber, Patienten kommen, sagen, dass sie dieses und dieses Sexualverhalten haben. Man spricht darüber und evaluiert das Risiko und wird dann entsprechende Maßnahmen setzen können zur Verhinderung einer Ansteckung. Das funktioniert aber nur, wenn die Medikamente regelmäßig eingenommen werden. Bei 1000 Euro für eine Monatsration kein billiges Unterfangen. Aber immer noch billiger als eine Infektion zu behandeln, argumentieren die Befürworter. Was in Österreich relevant sein müsste in dem Zusammenhang ist, dass man diese Gruppe, die wirklich als Hochrisikogruppe firmiert, identifiziert und erreichen kann, um für diese Gruppe diese Medikamente zu verabreichen. Aber auf die ganze Bevölkerung auszudehnen, die Vergabe dieser Arzneimittel, halte ich für Österreich nicht sehr sinnvoll. In den USA ist diese Präventivbehandlung bei Menschen mit riskantem Sexualverhalten, etwa Prostituierten, schon seit einigen Jahren zugelassen. Dort zahlen einige Krankenkassen auch dafür. In Österreich hingegen wird, außer der Behandlung von bereits Erkrankten, derzeit nur eine Notfallmaßnahme bezahlt. Eine Art Pille danach. Diese kann meistens schützen, aber eben nicht immer. Experten sind auch skeptisch, ob die Pille davor nicht dazu führen könnte, dass viele Menschen auf das Kondom verzichten und sich dadurch andere Krankheiten holen. Die Prävent kann ein Baustein sein in einem Gesamtkonzept der HIV-Prävention. Und deswegen ist sie prinzipiell zu begrüßen. Sie kann aber niemals ersetzen klassische und bewährte Methoden der HIV-Prävention. Viele der helfenden Aids-Medikamente dürften in Kürze deutlich billiger werden, weil der Patentschutz ausläuft. Spätestens dann dürfte die Diskussion über die Pille davor erst richtig in Fahrt kommen.